what's up what's up youtube i'm broken and you vielleicht wissen sie schon man sie aber in einer stream hat man mich und einen g2 scouter angeschrieben wir wissen also ich weiß immer noch nicht ob es ein faker oder ein weaver sind uns beide angeschrieben mit der e-mail hat gefragt wir haben sofort jahren und jetzt hat er mir ich weiß nicht ob er dann ja auch eine e-mail geschrieben hat in einem teil stand dass matthes ich und da nicht mehr im kleinen gehör also wir können nicht mehr die newcomers und die zu rausgeworfen dann kam eine klem namens exo trick also ich möchte mich mal exo t r i z früher habe ich alles mit ich habe das alles mit außerdem ohne erben geschrieben mich idiot so wieder für noch mal extra trick ja man fragt es werden müssen klanz und ich direkt ich habe man let's go also ich bin jetzt im exo trickler mir gefällt es dort der banner mit diesem wolf der war eigentlich das war der alte banner von einem anderen klaren der hieß nightwurst da war ich auch würde aber das war schon so vor sechs monaten oder so wurde der klant schon aufgelöst dieses design hat ein freund von mir gemacht aber mit dem freund habe ich diesen auch befreund aber wir haben sehr wenig kontakt seien und ja wir suchen und wie die bewährung aussehen wird wenn wir gleich sehen sie haben so geplant wir nehmen einfach also ich die macht ein video und schreibt im titel hashtag exo trick bewerbung alles zusammen klein exo trick bewerbung so im stream habe ich es auch anders gesagt weil ich nie richtig zuhören kann sind auch mega leid und ja also dies aufbauen sind also erst mal so zeigen wie du bauen kannst wie schnell du 90 machst wie schnell du bearbeiten kannst alles so insgesamt so zwei minuten eine minuze zeigen oder so dann ein paar clips zeigen in game wie du alles im material einsetzt und wenn du eine hike und wir wollen mal eine hike und sind also so ungefähr 12 10 kids zwar keine hike und so wie man sich vorstellt aber für uns zu zwölf geht so okay der hat was im fordnet was gelernt so hoffe ich versteht es ich habe mir auch die best also ich habe ich habe mir die werbung an ich werde wenn ihr wollt ist mein live stream machen aber halt nur wenn ihr möchtet und ich habe vorhin gesehen wir haben auf die wir haben auf diesem kanal wie lang ist wie mich schon auf diesem kanal zwei wochen vielleicht weiß nicht auf jeden fall wir haben schon 400 aufrufe gemacht auf diesem kanal ich danke euch zu todes wir haben zwar 11 abonnenten aber egal also ich habe es euch grob erklärt und ja ich bin noch daniel an wenn das ist wenn ich habe dann das sieht habe ich noch dann ja anschein wenn ich habe überhaupt die e mail mail gelesen weil es gefühlt ein tag schon gewesen und ja das war's